Oh, 10 Sekunden! Hallo, 10 Sekunden! Hi Leute! Hallo, herzlich willkommen zu Minecraft, Charo, neben uns ist einer! Oh Gott! Ich, Gerrod 2A, ich vertrete ISTTV im Team mit Kegs. Guten Tag! Abloh, los, los, los! Der ist im Loch geblieben! Egal, wo ist das so? Straight durch, straight durch! Ja vorne, ich seh's, ich seh's! Das ist sogar angenehm viel! Und dann gehen wir nach rechts in den Wald. Rechts in den Wald, ja. Oder straight durch in den Wald. Ach so, ein Wasserloch? Ich, ja, okay. Ich hätte jetzt gesagt, ich nehm mit. Hab, hab, hab! Okay, du hast zwei, ich hab drei. Nee, straight durch, würde ich sagen. Das ist ein Sumpf, hinter uns sind halt nochmal welche. Egal, in den Sumpf rein. Holz, und dann eigentlich würde ich... Ah, fuck, mir fehlt schon eine Halbung. Mir fehlt auch eine Halbung, Köhler. Hier ist ein Thüner, hier ist ein Thüner. Ich mach, ich zwei, du ein. Fuck, 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 du hast beide, mach Workbench. Hä? War nicht, war nicht die Rede von Schutzeits? Kann ich. Ich zitter. Ich hab, hab, hab. Hinten weg, weg. Warte, Hühner, Hühner. Ja, ein bisschen Hühner mitnehmen, aber weg. Ich hab drei Hühner. Es ist mir nicht höher, hier. Nicht mehr springen, da, oh mein Gott, ist der Zucker. Ich muss mir das noch nehmen. Das Problem ist, das Leder wird uns frieren. Ist egal, Leder spawned. Und das hier halt nicht, ich weiß, Hilfe. Weg hier, ich hab 15. Komm mit nach hinten. Okay. Das hier, das Sumpf ist eigentlich lecker für... Ja. Ich hab nur 5, ich hab nur 5 Hungerquellen. Ich hab Schafe. Wir müssen eine Höhle finden. Geht ihr nochmal Schafe? Mitnehmen. Noch weiter durch. Wir sterben schon, die Leute sterben schon, wie die Fliegen. Mhm. Bist du? Dein Plan war gut. Ich bin links, rechts und links. Perfekt. Als ob hier niemand im, ähm, Sumpf war. Ist nicht immer so weit voll, dass du sprinten kannst. Ja, mach ich. Lass die Schafe hier töten und als nächstes einen Ofen bauen. Jo, aber unten dann. Ich hab, äh, 17. Ach, da bist du. Ich hab 9. Und ein Huhn. Ja, ich hab gesamt 13, ne? Ja, dann hab ich gesamt 10. Hilfe. Also nur damit ihr's wisst, und die Grotti hat zwar ein Texture Pack selber gemacht. Ich spiel mit dem von Weniger und Wahres 4. Ja, halbwegs. Das ist nochmal Zuckerrohr. Das nehmen wir auch noch mit. Perfekt. Fehlern sind auch wichtig für Pfeile später. Ja, ich hol hier nochmal die Hühner hinter uns. Ich danke für den Namen. Ich hab 6. Ich lauf nicht zu weit weg. Ne, ne, ich bin wieder da. 6,8. Ja. Ich muss hier noch ein bisschen, äh, Zucker, äh, Zuckerholz mitnehmen. Wir müssen nur eine Kuh finden, das erste. Die waren halt alle am Kuh. Das machen wir, das machen wir später. Wenn jung. Zweite Folge. Wir können bis Mitternacht aufnehmen. Welche? Okay. Dann lass uns nochmal um 23.59 Uhr schauen oder so. Ja, vielleicht nicht so später, aber ein bisschen später halt. Ja. Ja, noch ein bisschen Holz mitnehmen, dann runter würde ich sagen. Ich nehme 10 Stück mit. Warte, ich hab, ich hab noch immer so Fiss, Alter. Ja, ich auch. Hier kann jederzeit irgendwo einer sein. Ja, uns könnte immer alles passieren. Ich hab 10. Okay, ich hab 9. Okay. Vielleicht jetzt nicht mehr spüren, ne? Wie lange? Hühner nochmal. Hier ist ne Höhle. Da oben ist noch ein Huhn. Sind auch noch paar. Ja. Dann lass die Hühner mitnehmen und dann hier bei mir in die Höhle rein. Jo. Was? Ach 10. Ich hab 18 Fleisch. Da ist ja 15. Dann zieh runter. Jo, ich komm. Leute, nur damit ihr's wisst, ich hab meine Facecam so platziert, dass man die Koordinaten von X und Y nicht sehen kann. Da oben ist ein Eisen. Ich mach Picke. Mach mir dann eine Steinpicke mit. Ja, mach ich, mach ich. Ich mach die Insta die Steinpicke, mein Lieber. Ich hab nochmal Eisen, ich hab nochmal Eisen freigelegt. Was? Fuck, fort geht's. Ich würd sagen, wir gehen nicht caven, wir bauen uns runter. Da sind wir am schnellsten sicher. Ah fuck, wir brauchen Öfen. Ja, machen wir dann, wenn wir unten sind. Wir müssen jetzt nicht mehr sprinten. Ich dachte, da oben wäre auch noch Eisen gewesen. Ich hab die Workbench einfach mit sicher sichern. Ich hab so Schiss gerade. Komm, hier runter. Wir müssen zwei Cleanstorm machen auf jeden Fall. Warte, warte, kannst du, ähm, hier mitzubauen. Oder bau oben nochmal ein bisschen Diorite ab. Weiß es nicht, das reicht ja nicht. So, der Fall ist es ein bisschen dunkel. Wir durften voll bald nicht am Wochenende. Mein Herz kommt immer noch. Ja, ich bin auch noch ein bisschen aufgeregt, aber geht einigermaßen wieder. Ja, wir konnten gar nicht so richtig anmoderieren, weil es natürlich aus irgendeinem Grund bei 10 Sekunden losging. Ja, ich guck kurz nach welcher Höhe wir sind. 47, okay. Boah, sorry. Soll ich weitermachen, soll ich weitermachen? Ja, mach du weiter, ja. Hast du ihn zugebaut? Perfekt. Boah, mein Hals, sorry. Ja, trink was, trink was, alles gut. Ich hab nichts da. Nach der Folge, nach der Folge, wir haben noch neun Minuten. Mit der linken Hand sneak, mit der rechten Hand ne Flasche aufmachen. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Jetzt nochmal Diorite, wir können uns hier nochmal gut zubauen mit Andesit und Diorite. Ich dropp dir das mal kurz hier. Oh loo, es wird noch eine gebrochelt. Oh, wir haben so Glück, dass wir grad überleben. Ich weiß nicht, ob das das Mr. Waru Plugin ist oder das Kampfkirms Plugin, weil ich kenn beide. Können wir mal nachfragen. Ich mach hier nen zweiten Fake-Gang. Ich hab den nochmal hin gelegt, ne? In Höhe 34. 33. Eigentlich bin ich ja eher der Streamer, aber ich hab mir gedacht, komm, heute, da Gotti gefragt hat und du und Gotti eigentlich immer gutes Team wart, baust du dich die Cola ab? Mach ich jetzt nochmal, fang ich jetzt nochmal langsam mit YouTube, aber eher inaktiver. Das wird jetzt halt nur das Projekt sein und vielleicht ab und zu mal ein paar Rainbow Clips, aber mehr Sachen mach ich auch nicht. Also falls ihr einen aktiven YouTube-Kanal sehen wollt, schaut bei uns vorbei. Deswegen. Erster Linke in der Video... Perfekt. Nee, gar nicht, weil ich muss euch als zweites verlinken bei der Owner, glaube ich als erstes, oder? Oder muss ich den Allgemeinen verlinken? Nee, der Owner muss nicht als erstes. Der ist eh in der Liste. Ja. Ähm, hier, hier ist nochmal Kohle, hier ist Erde bei mir. Ja, ich bau die Kohle hier oben noch ab. Okay, es sind, es sind auf jeden Fall schon gut Spieler tot, wenn du mal Tab drückst. Oh, Alter! 19. Ich hör Lava! Ach, super! 16. 15. Ich hab Eisen gefunden hier noch. Ich hab 5, ich hab nur 5 in 5. Ich hab nur 5 in 5. Jo, ich nehm das mit. Wollen wir hier nach der Lava suchen, oder? Auf welcher Höhe sind wir? 14. 13. 14 geht klar. Ich kann ja gleich nicht mehr sprinten. Heißt, wir müssen, äh, wirklich jetzt Öfen machen und braten. Alter, ich kann nicht mehr sprinten, trotz Nieten. Krank. Du hast halt die Kohle jetzt da, du musst hier runterkommen. Hab die Lava, hab die Lava, hab die Lava! Oh nice. Deswegen haben wir jetzt auch hier eine kleine Lichtquelle. In dem oberen hier hauen wir das Eisen rein. Hier in den und der oberen, äh, Schaf und unten das. Oh, ich bin da. Okay, scheiße, scheiße, Schigotti! Oh Gott! Was macht ihr hier? Ich baue mich weiter und versuche hier einen sicheren Weg rüber zu finden. Da vorne ist nämlich einer. Ein sicherer Weg, oder? Ey, hier kannst du halt ohne Probleme droppen gleich. Ich hab mir halt schon mal. Ich hab die Cave, ich hab ne Cave, hab die Cave. Okay, fast. Lass aber noch... Okay, stopp, stopp, stopp. Was passiert hier? Hier ist Gold. Wir haben noch keine Iron Pick. Mein Gott, sorry. Okay, hab nochmal vier Eisen. Das wäre eine Iron Pick. Oh, noch zwei. Ich, äh, nehm mir schon mal Fleisch raus. Ich hab mir schon eins gekannt. Ähm, ne, einfach. Okay. Fress dich voll, dass du wieder komplett full-flash bist. Ich mach, äh, Iron Pick. Und ich craft schon mal einen Iron Sword. Willst du das Eisen reinhauen? Hab ich schon. Okay. Ich mach gleich direkt eine neue Stein-Picke. Und dann machst du mich. Ich nehm ein paar... Nehm ein bisschen Kohle raus. Für Fackeln. Was geht denn da oben ab? Hier. Was meinst du? Ja, hörst du das Donnern? Ach du hast... Ich hab Räuber aus wegen Lucky Race. Weil du mich ganz abgefuckt hast mit den Creepern. Ich mach mal nochmal... Erstmal ne niceer Eisen-Schwertext. Ich liebe die. So, ich mach mir mal eben kurz noch einen Stein-Schwert ab. Äh, picken. Schwert, okay. Ähm, wollen wir eben das Fleisch durchbraten lassen, oder soll ich alles abwarten und wir braten später? Ähm, lass... Ich würd sagen, wir nützen uns jetzt ein. Nein. Wir sind halt... Wir sind Insta-Mobs. Ich hab sechs von jedem. Ich hab sechs von jedem. Jeder kriegt drei Fleisch. Ja, aber ich würd trotzdem mal. Ja, wir braten das gleich weiter. Vielleicht filmen wir die erste Folge schon dir. Das wär ja schön. Nicht hier... Nicht in unserem Gang einnisten. Nicht? Das ist das... Nein, nicht im Gang einnisten. Wir haben... Über uns ist halt was. Ich nehme das Gold hier mit. Ja, da hinten ist auch was. Sechs. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, weil da sind Endemann auch. Neun. Zehn. Elf. Ja. Okay, nur zehn Grotty. Ja. Komm mal her. Ja. Du wolltest... Du hast nen Bogen. Das ist ein Creep. Achtung, pass auf! Links ist Endemann. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Rau zu. Schnell. Hier, mach den einen Trick. Ihr könnt's weglein stellen. Okay, neue machen müssen. Ja, da hab ich's ja extra mitgenommen. Ähm, hier du nimmst die sechs Huhn und ich nehm die sechs, äh... Stab, okay? Okay, ich hab jetzt neun Huhn. Ich hab sechs Scharbe zu retten. Ich hab sechs Scharbe zu retten. Pass auf, da ist ein Creep auch noch dabei. Da unten ist noch einer. Falsche Picker. Da vorne ist Wasser. Das würd ich halt gerne holen. Wasi? Ja, weiter den Endemann. Ach, schade. Da unten ist noch mehr Lava. Warte, ich mach nur mal... Ich mach kurz, ähm... Fünf Eisen in den Ofen, damit wir zwei Eimer machen können. Jo. Okay. Also, die Anspannung ist ein bisschen weg. Die Anspannung ist weg, ja. Sind das nur vier Minuten, ne? Du hast die Workman schon, oder? Oder haben wir das stehen lassen? Ja, ich hab sie nicht. Ich würd sie kontrollen. Hier ist nur um viel Eisen. Ich mach kurz nochmal ne Steinwax, damit ich die Workman schneller abbauen kann. Jo. Immer. Folge 2, Folge 2 für Lyron. Safe Call. Hoffentlich. Ich hab 22 Euro. Ich mach kurz den ersten Eimer, damit wir hier das Wasser schon mal haben. Na ja, haben wir 23 Euro. Hier ist noch eins. Mach du dir gleich den nächsten Eimer? Jo, eigentlich. Ja, der labert. Ja, der labert. Rotti. Ja. Lass das Eisen doch beraten, wenn wir safe irgendwo sind. Weil hier offen will ich das nicht so gerne im Ofen stehen haben. Ich hab deinen Eimer. Diese Schlucht. Ja, deswegen sag ich's ja. Lass doch lieber da sind. Ich geb dir kurz dein Wasser Eimer. Mhm. Ich bin... du siehst mich, oder? Ich bin anfing. Jo, ich bin hier ein bisschen weit in die Kirche dran. Ist noch mehr Eisen. Ja. Ja, soll ich den Wasser einmal für dich aufhören gehen, oder? Ähm... Ich... ich füll den gleich auf. Ich sag dir, ich nehm so anderthalb... äh, ich nehm so eine Steckohle mit, wenn ich kann. Ich hab 39 Stück. Hm, ich hab gar nichts. Du hast alles. Ich hab alles. Da wollen wir uns... wollen wir nicht lieber Eisen braten und die Rüstung machen, weil mir ist das ein bisschen... Ja, dann kommst du mir, dann kommst du mir, dann machen wir das hier. Kommt das ein bisschen komisch vor hier nackt rumzulaufen. Das war deine Picke? Jo. Ich hab hier unten halt noch mehr Eisen, noch mehr. Ne eben, deswegen sag ich... Ich hab halbes Stack Iron. Wie wirst du machen? Hier. Guten Tag. Hast du den... hatte ich nur 3 Öfen gemacht, oder nicht 4? Ja, du hast 3. Ja. Fuck off, ey. Freut mich, dass du voll Iron bist. Ja auch. Wir haben sogar schon Gold. Ich bleib hier bei den Öfen, ne? Bleib hier auch besser in der Öfen. Ein Sumpf ist halt übel gut für Äpfelfarm. Ja, dann müssen wir später wieder nennen. Ich hoffe, wir kennen unseren Weg. Merk, wir haben nur noch 1,53. Jo. Ah. Ja. Also, das ist ein Scam. Das ist auf jeden Fall ein dick fetter Scam. Ich mach mir ne Chestpad schonmal. Jo. Also, ein Piece haben wir schonmal. Ja, ist nice. Drei... Ah, fuck, jetzt einen. Creeper. Pass auf. Der ist fast explodiert. Ich bin nochmal weggegangen. Der hatte aufgehört zu zwischen. Eigentlich... Eigentlich hätte er explodieren müssen. Was ist hier? Wo das denn nicht ist? Ja, das wäre nicht stand weit genug. Guck mal hier. Okay. Der Creeper war... Hier war der Fackel. Ich stand hier am Ende. Ich hätte auch einfach blocken können. Ich hätte das überlebt. Ich bin nicht so sicher. Wir haben 2 at all at... Restart, Jungs. Nein, ich hab... Bloß nicht. Ich würde sagen, wenn... Den? Ich mach ne Hose für mich. Ja. Kommst du mir? Deine Hose ist auch fertig. Ich nehm das Reisen hier noch mit. Ich komm einfach schnell zugegelaufen. Weil du bist ja hier vorne gerett. Hallo! Hallo! Niklas? Jo. 30 Sekunden nur noch. Ja. Ja, voll Iron schaffen wir jetzt nicht mehr ganz die Folge zu craften, aber wir haben es auf jeden Fall fertig. Wir haben es ja. Alter. Ich geh mal zurück zu den Öfen. Ja, früher hätte ich immer wieder so ne Projekt mitzumachen. Lang, lang ist es her. Ja. 2,18. Äh, 2,18. Ich hab nen Iron Helm für dich hier. Schnell nenn. Schnell. Geil. Wir haben nur 3 Eisen noch über, also die beiden Passen schmelzen gerade unten. Ja, okay. Wow. Meine Aufnahmezeit ist vorbei. Ich hab mich im Wasser ausgelockt. Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Also Leute, das war's mit der ersten Folge von Gyro 2. Wir haben überlebt. Wir hatten... Herdflattern am Anfang. Alter, Eierflattern. Eierflattern eher, ja. Wir haben es geschafft. Wir haben es. Wir haben überlebt, jawoll! Wir haben überlebt. Und wir haben Full Iron. Und wir haben genug Zuckerrohr. Jetzt muss ich noch nächste Folge gehen. Nur darum Leder, Lederäpfel fehlen noch. Boah, nice. Nice Start. Nice Start. Gotti, uns fehlen eigentlich nur Leder. Weil Äpfel können wir jederzeit holen. Ja, bin halt noch voll mit aus. Ja, wir müssen ja nicht unbedingt... Gut. Aber okay. Danke fürs Zusehen. Lasst euch einen Liken damit da. Wir sind auf jeden Fall bei Kicks vorbei. Schaut bei Gotti vorbei. Wir sehen uns in der zweiten Folge wieder. Und... Tschüss. Und tschau. Ich mach dich so. Ich mach dich so! Das war gut! Ich mach dich so! Vielen Dank.